Ja, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Endlich gibt es mal wieder ein Video. Wir haben lange drauf gewartet. Einmal Applaus bitte, dass ich es endlich zeitlich geschafft habe. Wird auf jeden Fall wieder ein bisschen regelmäßig gekommen, dass wir ein, zwei Videos, also eins am Tag, werde ich wohl hinkriegen irgendwie. Und freue ich mich schon wahnsinnig drauf, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Dann gleich die erste Aufforderung, Daumen nach oben drücken, dann sehe ich, dass ihr da Bock drauf habt. Livestreams bleiben natürlich wie gehabt, sprich, einmal, zweimal, dreimal die Woche, je nachdem spontan. Wochenende generell mindestens einmal und in der Woche so, wie ich es zeitlich schaffe. Wenn ich jetzt natürlich noch versuche, jeden Tag ein Video rauszuhauen, muss ich vielleicht mal in einem Tag zwei Videos machen und dann vielleicht ruhig rendern und gucken, kriegen wir es schon irgendwie hin. Auf jeden Fall habe ich wieder richtig, richtig Bock drauf. So, heute gibt es mal zum Einwärmen wieder ein Battle Royale. Es wird natürlich noch ein bisschen mehr kommen, jetzt am Anfang eine kleine Information, also da, äh, Fortnite geht gleich los. Ähm, eventuell wird zwischendurch mal ein WW2-Video kommen, Fortnite werden wir machen, so ein bisschen Multiplayer-Spiele werden wir machen. Ähm, wenn ihr noch Bock habt auf irgendwelche Let's Plays, die wir dann zu 100% durchspielen, nehme ich mir vor, dass wir nur eins zur Zeit aufnehmen. Ich habe mich damals ein bisschen über, äh, über, ich habe es ein bisschen übertrieben. Drei, drei Let's Plays gleichzeitig parallel laufen lassen, ist mit meiner Arbeit und so einfach zeitlich nicht möglich. Das bedeutet, geht nicht. Also drei Let's Plays, wie ich es vorher mal gemacht habe, schaffe ich einfach nicht. Deswegen habe ich die Let's Plays nicht zu Ende gemacht. Wir werden, ähm, schauen, dass wir eins, eins auf jeden Fall irgendwie gewuppt bekommen, aber immer nur eins zur Zeit. Natürlich denn parallel zu einer Runde Battle for, Battle, Battle, Battle Royale, so, zu einer Runde Fortnite oder WW2. Das wird so ein bisschen in den Wechsel kommen. Guckt mal, ob ich das vielleicht so einrichte, dass an bestimmten Wochentagen Fortnite kommt, an bestimmten Tagen WW2. Wenn ihr da Ideen habt, gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, jetzt geht los, Runde 1. So, liebe Freunde, Startrunde 1. Es wird in Zukunft auch ein bisschen mehr PC-Gameplay geben. Also sprich, auf dem PC bin ich einfach wesentlich besser als hier auf der Playstation. Ähm, vielleicht kann ich ja die Sensitivity mal ein kleines bisschen hochklatschen mit dem Controller. Machen wir mal. Äh, warte mal. Hä? Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, und da genauso hoch. Zack. Anwenden. Okay, jetzt sind wir natürlich ein kleines bisschen schon zu weit. Dann fliegen wir mal direkt zur Factory. Werden wohl nicht so viele Leute hier unterwegs sein. Aber ich glaube... Oh ja. Oh ja. Das ist auf jeden Fall schon ein kleines bisschen angenehmer. Gucken wir mal, ähm... Wie das hier jetzt so funktioniert. Also zum Umschauen auf jeden Fall top. Ich brauche natürlich noch ein kleines bisschen... Da hinten ist eine blaue. Sieht aber... Ey, 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 ey. Nein, der holt sich die blaue Pumpe, der... Affe, alter. So, runter. Jetzt ist ein Lagerfeuer. Lagerfeuer sind ganz geil. Ich brauche aber auf jeden Fall irgendwas... Womit ich mich gleich gegen die blaue Pumpe verteidigen kann. Deswegen bitte... Ja, eine Truhe. Eine MP. Die MP ist auf Distanz halt eben echt überhaupt nix. Scheiß drauf raus hier. Jetzt kommt er wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen... Verarscht. Schrotmunition. Aber ich kann ein kleines bisschen Munition sammeln. Das ist schon mal sehr geil. Einen Koffer hole ich mir. Und eine Pumpe. Oh, Gott sei Dank. So, wenn der Typ jetzt kommt, dann holen wir uns den auf jeden Fall. Ich versuche ein bisschen die Ohren aufzuhalten, dass ich ihn auch höre. Weil ich das... Wie der doch extrem runtergeschraubt habe von der Lautstärke her. Weil die Schusseffekte doch ganz schön laut sind im Gegensatz dazu, wenn ich rede. Sprich, man hört mich nicht mehr. Ist vielleicht auch gar nicht so wichtig in dem Moment. Na, ich laufe immer wieder da unten in die Ecke rein. Hier liegt nix. Wo ist der Typ hin? Der Typ ist einfach... Einfach weg. Und ich habe nichts für die Distanz, Leute. Ich habe überhaupt nichts für die Distanz. Das heißt... In engen Räumen fühle ich mich gerade ein bisschen wohler, ehrlich gesagt. Auch wenn er eine blaue Pumpe hat. Habe ich doch... Na, auf der Playstation nicht so geiles Aim. Ich sehe es halt immer wie... Lol. Ich sehe halt immer wieder, dass ich am PC... Wesentlich besser bin. Hier ist ja manchmal nur eine Truhe. Nö, aber diesmal nicht. Ich glaube, der Typ ist schon los. Trotzdem, wie gesagt, ich habe nix für die Distanz. Das ist natürlich ein bisschen... Ah. Fuck, 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 den holen wir uns. Den buttern wir weg. Jawollek. Ach, der hat aber auch nur Pumpen gehabt. Sehr schön. Ist natürlich ein geiles Gefühl. Blaue Pumpe, top. Jetzt holen wir uns die Truhe noch kurz. Der hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen versteckt, sich nach mir umgeschaut. Oh, nice. Auch wenn die blau... äh, grün ist, aber... Ganz ehrlich. Scheiß drauf. So, ähm... Pump. Ja, maximal. Und die absetzen. Ich möchte bitte... Platz 1, Platz 2, Platz 3. So. Und jetzt bloß weg hier. Bloß weg. Machen wir ganz kurz. Einen Löffel. Zucker in den Kaffee. Ah, sorry. Muss das sein. Ding ist, der ist auch schon wieder fast kalt. Maja. Oh, da oben wurde schon fleißig gebaut. Und jetzt... Aber klar, hier wird auch keiner mehr sein. Die sind alle schon mindestens bei Shifty Shaft. Sprich, ich kann hier nochmal ganz kurz entspannt durchlaufen. Hier wird zwar nicht mehr... Ah, da oben baut sich gerade einer hoch. Hier wird zwar nicht mehr so viel an Loot sein. Da ist er schon oben. Und entweder hat er mich nicht gehört. Oder er wollte mich nicht hören. Gibt es hier noch was? Ne. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, ich werde hier nicht unbedingt was finden. Also nichts... Nichts seltenes oder nichts grünes oder so. Weil dafür gibt es hier eigentlich nicht genug Loot. Dass man, ähm... So grüne Sachen liegen lassen könnte. Ein paar Nades, ja. Jucken mich aber auch eher weniger. Sache hier. Hier wird es so an sich nichts mehr geben. Jetzt hätte ich gut eine Nade gebrauchen können. Nein! Fuck! Okay, auf in Runde 2. So, neue Runde, neues Glück, Freunde. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in den Prison. Die Leute, die meine Streams verfolgen, wissen, dass Prison und Snobby Shores mitunter meine Lieblingsspots sind. Und dass ich überhaupt nichts... Also ich finde Tilted Towers mega geil. Und ich finde auch die Platzierung richtig, richtig intelligent gemacht. Weil, wenn man schaut, Tilted Towers ist so fast mittig in der Map. Das heißt, es ist relativ häufig in der Zone. Also sprich, wenn man da rausspringt, hat man auch Zeit zu looten, weil die ist eigentlich immer in der Nähe der Zone. Weil egal, wo sie ist, wie gesagt, mittig. Ist schon geil gesetzt, die Stadt. Hier im Prison haben wir zwei Leute. Aber keiner, der mit auf meine Towers geht. Da rechts leuchtet nichts. Da, aber ja, lecker, lecker. Da unten ist was Blaues. Merken wir uns. Ah, nee, 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 nee. Okay, das ist nicht so geil. Das ist nicht so geil. Ich hoffe, ich finde hier hinten mal wenigstens automatisch so eine kleine Scar wäre ganz nice halt. Ja, egal. Komm, eine Pistol ist erstmal besser. Als Gornix. Auf der anderen Seite gucke ich gleich noch. Jetzt hier noch aus Versehen runtergefallen. Mein Lieblingsspot. Und. Naja, gut. Kann ich auf jeden Fall schon mal mitarbeiten. Mh, okay, nö. Boah, boah. Das ist lecker, das ist. Warum haben sie die Munitionskiste hier entfernt? Ich fand das eigentlich sehr interessant. Also normalerweise brauchst du jetzt hier eigentlich nicht mehr rausgehen. Weil die Munitionskiste, ich habe sie seit mehreren Runden hier einfach nicht mehr gesehen. Also ich weiß nicht, ob die zufällig gedroppt werden, aber ich glaube nicht. Aber ich habe sie halt einfach schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Okay, nice. Der Typ hatte gleich zwei Sniper am Start. Brauche ich nicht. Aber die hier. Die Pistol nehme ich doch fürs erste mit. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch... Der war AFK, alles klar. Ist aber nicht weiter schlimm. Ähm. Auch wenn das jetzt eine graue M16 ist. Einige Leute sagen M4, aber da könnt ihr gerne nachgoogeln. M4 ist eine halbautomatische, während die M16 eine vollautomatische ist. Und man kann sie natürlich unterschiedlich ausstatten. Viele sagen M16 ist mit Zielfernrohr und so ein Kram. Das ist völliger Bullshit. Das sind die Attachments, also die Aufsätze. Und das variiert einfach. Von daher kann man auch eine M4 mit Attachments haben. Tut sich nicht viel. Munition ist immer gut. Auch wenn ich gerade keine Waffe für die Munition habe, nehme ich trotzdem gerne mit. What the fuck? Hier ist einer gestorben. Okay. Pass auf, wir gucken mal ganz schnell. Ähm. Hier hinten rum. Nicht hier, sondern was da war. Ja, okay. Da hat sich der Typ schon mitgenommen. Egal. Wir laufen jetzt mal Richtung Zone. Ist eigentlich gar nicht so weit. Okay, das geht. Das geht. Das geht, Leute. Wenn ihr mal Bock habt, ich habe mir mal eine Challenge ausgedacht, beziehungsweise überlegt mal eine Challenge zu machen. Wenn ihr da mal Bock drauf habt, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Oder bewertet das Video auch wieder gerne mit einem Daumen nach oben. Dann sehe ich immer am besten, hat jemand Bock drauf oder nicht. Das heißt, enthalten ist scheiße. Einfach mal den Daumen mit nach oben drücken. Oder nach unten, wenn ihr da gar keine Lust drauf habt. Und zwar habe ich mir überlegt, in Zukunft mal versuchen, ohne Kills zu überleben. Also sprich, wenn ich das schaffen sollte. Ich hasse das Ding hier halt. Wenn ich es, ähm, schaffen sollte, quasi einmal ohne einen Kill zu überleben, beziehungsweise höchstens dann den finalen Kill. Also quasi wirklich nur den letzten Kill dann machen. Äh, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Einen Daumen nach oben natürlich geben, nicht vergessen. Und dann regele ich das in den nächsten Videos. Wäre auf jeden Fall mega nice. Hätte ich Bock drauf, aber lediglich, wenn ihr sowas auch überhaupt sehen wollt. Wenn nicht, dann nicht. Aber das macht es vielleicht noch ein bisschen interessanter. Was euch vielleicht auch auffallen dürfte, für die, die meine Streams regelmäßig gucken. Ich, äh, spiele so außerhalb der Streams wesentlich besser als in den Streams. Weil ich mich in den Streams viel mehr auf die Kommentare konzentriere, als auf das Spiel. Weil mir das Persönlichere da einfach wichtiger ist ein bisschen. Und, äh, deswegen einfach wesentlich abgelenkter bin. Was natürlich nicht schlimm ist. Deswegen streame ich trotzdem immer noch gerne. Aber so hat man vielleicht einfach mal ein bisschen besseres Gameplay-Material noch. What the hell? Also hier war auch schon mal mehr los, habe ich das Gefühl, irgendwie. Bis auf den Typen, der nichts konnte und der Typ, der AFK ist. Ist momentan hier gar nicht so viel Action. Aber ich schätze, das kommt gleich noch. Ich hoffe, weil ich habe einen Sniper. Ja, guck mal. Da ist ein potenzielles Opfer-Lie. Hey! Ah, wieso springt der Pimmel? Mhm. Okay, er macht sich also auf den Weg hierher. Das wollen wir natürlich dann nicht zu einfach machen. Nein! Ah! Danke! Da bringt er mir tatsächlich noch meine Lieblingswaffe. Ist natürlich Ehrenmann. Drei Medikits habe ich jetzt. Okay, Leute, das ist nice. Und ich kann keinen Verbände benutzen. Und der hat mir auch keine Schilde irgendwie gebracht. Schade. Das, was die dann ist. Aber der Typ. Der Typ beobachtet mich jetzt erstmal. Alles klar. Weil ich bin Achida. Achida. Aber wobei, ich gucke auch immer gerne zu. Jetzt ist er raus. Bei 30 Leuten wäre ich auch raus. Je nachdem. Es kommt mir ganz drauf an. Wie viel da ich bin. So in den letzten... Brauche ich nicht. Wenn hier jetzt wenigstens mal eine blaue Schrotflare... Eine blaue Auto wäre. Auto, äh... Pumpe. Das wäre natürlich ganz schön geil. Aber noch eine legendäre Ska brauche ich halt nicht. Oha. Guck mal, direkt. Na gut, fast mittig von der großen Zone. Ist die kleine. Und da hinten wird gebaut. Wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist auch ein bisschen verwirrend. Ich spiele privat gerne mal, wenn ich mal eine Runde Zeit habe zu zocken. Am PC. Problem ist, weil ich ja mir einen neuen Rechner zusammengebaut habe. Mir fehlt eine schnelle Festplatte zum Speichern der Videos. Bedeutet, wenn ich die aufnehme, dann ruckelt das. Deswegen wird es erst in Zukunft welche geben. Die neue Festplatte ist unterwegs. Die müsste morgen oder übermorgen kommen. Wenn ihr das Video seht. Vielleicht schaffe ich es heute noch rauszuhauen. Es ist jetzt gerade. Wie spät ist denn das? 14 Uhr. Kurz nach. Vielleicht haue ich das heute Abend schon raus. Wenn das Video schnell genug rennt hat und ich genug Zeit habe, das noch schnell zu schneiden. Weil ich ja am Stück aufnehme. Sprich, ich nehme auf, da habe ich das Spiel quasi noch aus. Und ich schneide den Anfang weg. Die Mitten so ein bisschen, die Ladezeiten versuche ich rauszuschneiden. Bestmöglich. Je nachdem, wie ich natürlich sabbele. Wenn ich im Loading Screen irgendwas erzähle, bleibt es halt drin. Dann ist das so. Ich habe noch eine Challenge. Ich muss auf jeden Fall noch irgendwie insgesamt 10 Leute killen. Bin jetzt gerade bei 2, 2, 3. Müsste ich bei 7 sein. Oder 3 Leute noch. Wäre natürlich nice, wenn wir das jetzt hier in der Aufnahme machen würden. Weil ich glaube ich nach der Aufnahme jetzt erstmal keine Zeit habe weiter zu zocken. Und schade, ich schaffe die Battle Pass Level 70 nicht mehr, Freunde. Das wird sich im nächsten Battle Pass aber auf jeden Fall ändern. Den nächsten Battle Pass werde ich mir so hart hochleveln. Da war einer. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Wow, okay. Aber von hinten. Ich wollte gerade sagen, der Typ hat mich richtig gefickt. Aber das war einer von hinten. Nice. Auf jeden Fall good game. GG. Hätte ich auch gekonnt von hinten. Aber So what? Ist so. So Leute. Ich würde mich erstmal verabschieden. 23 Minuten haben wir. Das ist auf jeden Fall für ein Gameplay, denke ich mal, lang genug. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie lange so ein Gameplay gerne dauern darf, wenn ich es aufnehme. Und wie lange euch einfach zu lang oder zu kurz ist. Ich versuche immer so ein Mittelmaß zwischen 10 und 20 Minuten. Manchmal wird es halt ein bisschen mehr. Ist halt so. Ich versuche mal so ein, zwei Runden rein zu prügeln. Je nachdem. Okay, das war nice. Je nachdem, wie lang so eine Runde dauert. Eine Legendary Autopumpe habe ich noch nie gesehen, Leute. Nein, nicht Legendary Ape Bush. Sorry. Eine lila Pumpe. Kriegt er wahrscheinlich nur aus dem Airdrop oder so. Heftig. Also wie gesagt, wenn ihr das mit der Challenge gerne sehen wollt, überleben und höchstens den Final Kill machen. Ansonsten versuchen, ohne Kill zu überleben. Ohne Kill Erster zu werden. Dann schreibt es mir in die Kommentare und haut mir einen Daumen nach oben in die Kommentare. Das ist Blödsinn. Haut mir einen Daumen nach oben auf das Video. Abonnieren. Nicht vergessen, Leute, dafür der Button auf der Seite unten in der Ecke. Gerne einfach mal draufklicken und den neuen Content aussuchen. Das hier wird auf jeden Fall so noch ein bisschen Veränderungen geben. Ein bisschen was Spannendes wird noch kommen. Das wollte ich jetzt am Anfang des Videos nicht anschneiden. Nur für die harten Leute, die wirklich das Video komplett zu Ende gucken. Es wird auf jeden Fall noch was Interessantes kommen. Da bleibt auf jeden Fall gespannt. Nicht vielleicht diese Woche oder nächste, aber es wird auf jeden Fall demnächst noch was kommen. Hab mir da ein paar Gedanken gemacht und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen nach oben nicht vergessen und abonnieren. Tschüss Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.